Ja, wollen wir nicht überbewerten. Ein Testspiel, viele gute Aktionen nach vorne gehabt, glaube ich, viel Ballbesitz, viele Aktionen auch gehabt, die wir so sehen wollen. Das eine oder andere ist dann einfach unglücklich gelaufen, darf uns auch so nicht passieren, weil man mit solchen Federn dann auch gegen Tore kriegt. Ein bisschen Durchschlagkraft hat vorne gefehlt, Zielstrebigkeit. Dann müssen wir einfach die Bälle hinter die Abwehr besser bringen. Wir haben in der ersten Halbzeit sieben oder acht Bälle im Rücken der Abwehr gehabt und bringen sie einfach schlecht vors Tor. Ich glaube, wir haben viel Qualität in der Mitte vorne und wenn die Bälle vernünftig kommen, dann machst du auch sechs, sieben Dinge an dem Spiel. Ich denke, dass Raspo auch keine klassische Kreisklassenmannschaft ist, sondern im Prinzip eine ehemalige Landesliga-Truppe größtenteils und das hat man hier heute gesehen und von daher geht die Niederlage, denke ich, dann auch in Ordnung, weil wir einfach zu viele Fehler gemacht haben als Mannschaft in der Defensive und ja, geht in Ordnung so. Für uns ist natürlich ein Riesenerfolg. Wir sind erstmal noch in unseren drei Spielen, die wir bis jetzt gehabt haben, ungeschlagen. Wobei wir in der Vorbereitung zu diesem Spiel schon gesagt haben, egal wie der Spielstand ist, ob wir jetzt vielleicht 8-0 hinten liegen oder wie auch immer. Wir wollen uns entwickeln. Wir wollen einfach ein paar Dinge umsetzen, die wir trainiert haben, die wir praktizieren wollen in nächster Zeit. Dass dann, ich sag mal, das so klasse umgesetzt wird, das hat mich natürlich riesig gefreut.